Wenn ihr mich sehen könnt und hören könnt, schickt mir mal irgendwas in weiß, ein weißes Emoji. Irgendein weißes Emoji, dann weiß ich, ihr könnt mich sehen und hören. Und wenn ihr richtig wild seid und Lust drauf habt, spiele ich als allererstes den Miss Me Fam Song. Aber auch erst, wenn ich weiße Emojis sehe. Es kann ja auch sein, dass ihr mich gar nicht sehen und hören könnt. Okay, ich sehe die ersten weißen Emojis. Geil, oh, yes. Hi. Hi, my lovely. So schön, dass du da bist. Mach's dir gemächlich, mach's dir bequälen. Auf einen entspannten Abend zusammen. Habt ihr Bock auf den Miss Me Fam Song? Für alle, die den nicht kennen. Ich schicke euch mal kurz die Lyrics. Ich hoffe, dass Streamlabs jetzt die Lyrics schickt. Ja. Streamlabs hat richtig Bock. Könnt ihr die Lyrics jetzt schon im Chat sehen? Und wenn ihr sie sehen könnt, dann schicke ich, dann starte ich jetzt direkt mit dem Song. Christina. Oh, Christina. Oh, Christina. Christina. Du bist seit 12 Monaten Mitglied. Wie krass. Christina. 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 Schön, dass du da bist. Lovely. Okay. Ihr könnt mitsingen. Ich schicke euch jetzt nochmal die Lyrics. Und dann starten wir mit dem Miss Me Fam Song. Und Tina. Vielen Dank für die Spende. Danke, Lovely Tina. Danke, danke, danke. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Angelina. Und dann starten wir mit dem Navswunder. Hi Lili, ich darf mich. Ich kann ihn. Hi, mein Lieblings. Hi, Samantha. Viva Browseye. Hi, mein Lieblings. Welcome to Dreamland. Close your eyes. Family. The smiles of your heart. Miss me, Pam, forever. You are a poet. See you forever. See you forever. See you forever. Me. Hi, Cosy Dreams. Ich hoffe, ihr habt den Song alle gehört. Den hat Kitty für uns geschrieben und produziert und gesungen. Und ich find's mega zuckersüß, dass sie den ja sozusagen für uns extra geschrieben hat und gesungen hat. Und ich liebe diesen Song. Und beim letzten Mal hab ich nämlich Kommentare gesehen, spiel den Song bitte als erstes, weil am Ende schlafe ich schon und krieg nichts vom Song mit. Deswegen dachte ich mir, bevor ich irgendwas mache, erst mal der Song. Hi, Luisa. Okay, dann starten wir jetzt mal mit der Namensrunde. Ich graul zu lange das Mego. Larissa. Fantasy. Hi. Money Man. Cappuccino. Nettas mit Milchschaum. Ja. Find ich nämlich auch. Richtig gut. Isa. Nadine. Mike. Laura. Susi. Paz. Fabrice. Auch da. Peter. Anni. Ja, für viele. Also, falls ihr es auf Instagram mitbekommen habt heute. Ich war in Frankfurt mit Lebsti und wir wollten auf den Weihnachtsmarkt gehen und der Weihnachtsmarkt hat geschlossen. Richtig geil. Oh, das war, ey. Das war was. Oh mein Gott. Lea. Vielen Dank für die verschenkte Mitgliedschaft. Oh mein Gott. Und wer hat sie gewonnen? Voll ASMR cutie. Herzlichen Glückwunsch. Lovely Jessica. Du hast die Mitgliedschaft gewonnen. Krass. Lea. Vielen Dank für den Gifted Sub. Äh, für die, ja, für die verschenkte Mitgliedschaft. Gifted Membership. Ich drehe jetzt am Rad. Ich drehe jetzt am Rad. Und diesmal nehme ich wieder das. Das andere steht nämlich jetzt ein bisschen zu weit weg. Deswegen drehen wir jetzt einmal jemand. in Frankfurt. Ach ja, genau. Es haben mich heute zwei Mädels in Frankfurt angesprochen. Die möchte ich jetzt einmal grüßen. Habe ich nämlich versprochen. Hat mir die Namen extra aufgeschrieben. Und ich weiß, sie kommt sie sogar noch aus dem Kopf. Lovely Maxima und Lovely Sophie. Die haben mich heute angesprochen. Und es war richtig schön, dass, äh, ja, ihr High gesagt habt. Habe ich richtig gefreut, euch kennenzulernen. Und ich drehe jetzt erstmal für Lea. Highs Highland Star 41 Monate. Das ist absolut total krank. Das ist, das ist Wahnsinn. 41 Monate. Du bist einfach von Anfang an dabei. Was ist sogar mein erstes Mitglied oder? Oder mein zweites. Auf jeden Fall unter den Topfen. Weiß ich. Auf jeden Fall weiß ich das. Richtig krass Silent Star. 41 Monate. Lovely Silent Star. Silent Star. Silent Star. So lange schon ein Teil der Miss Viva. Ich freu mich mega toll. Apropos Silent Star. Ich kann dir mal was verraten. Ein Trigger, den ich schon lange nicht mehr verwendet habe, wird nächsten Dienstag, also im nächsten langen Video zu sehen sein. Ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Ähm. Ähm. Auf jeden Fall Silent Star ist das ein Trigger, den ich auch schon sehr sehr lange habe. Das ist auch so einer meiner ersten Trigger. Der ist bunt. Vielleicht kennen ihn auch ein paar von euch. Und ähm. Es gibt nächsten Dienstag. Also jetzt übermorgen. Ich sage immer nächsten Dienstag. Damit meine ich übermorgen. Gibt es ein neues, langes Background Video für euch. Heute. Bitte. Nee, Silent Star. Beides nicht. Beides falsch. Lovely Lea. Ich habe für dich gedreht. Und gewonnen hat. Trigger ABC. Du darfst mir gerne einen Buchstaben sagen. Einen Buchstaben schreiben. Und ich mache dazu. Einen. Ich suche dazu einen Trigger aus. Ja. Oh, wie süß bist du denn Starlight für dich gedrückt. Ist ja richtig süß. Hi Familie Sieber. Barnek. Hi Andrea. Hi Emilia. Hi Lina. Hi Josefine. Guten Abend. Seit heute gibt es auch wieder ein neues Album auf Spotify. Warte mal. Ich schicke euch auch den Spotify Link einmal. Da findet ihr auch meine Lieblingsmusik. Also Streamlabs schickt immer zwei Links zu Spotify. Einmal zu meinem neuen Album. Und einmal zu meiner Lieblingsmusik. Wo ist Lea? Cause I'm Lea. Lea bitte zur Kasse 1. Du darfst dir einen Buchstaben wünschen. Beides nicht Manni Mann. Ich glaube es ja nicht. Anni. Hi. Hi. Oh Samantha. Du bist seit zwei Monaten mit Lili. Deine Nägel sehen super aus. Genau wie du. Wie süß bist du denn? Samantha. Hi Melly. Oh. Awesome. Herr Cutie. Du bist so süß. Du wohnst ja in NRW. Da war ich jetzt schon. Also erstmal kommen alle anderen Bundesländer dran. Und ähm. Und ähm. Vielleicht klappt es ja mal. Vielleicht klappt es ja mal. Vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr. Wenn ich dann eine neue Tour starte. Vielleicht kann ich ja auch mal Asemeer Künstler besuchen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber jetzt erstmal werde ich die Lovelies weiter besuchen in jedem Bundesland. Und es fehlen halt noch so Berlin. Äh Quatsch. Berlin habe ich schon. Brandenburg. Äh. Sachsen. Sachsen-Anhalt. Ähm. Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommern. Hamburg. Es fehlen halt noch viele Bundesländer. Ich bin gespannt auf das Bundesland Schweiz. Silent Star. Ich weiß nicht ob du das schon mitbekommen hast. Aber Liebsti und ich. Wir machen aktuellen Bootsführerschein. Ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast. Aber wenn alles gut läuft. Wollen Liebsti und ich nächstes Jahr. So im Frühjahr. Mit einem Boot. Was wir uns dann mieten werden. Wollen wir nach Basel fahren. Ist Basel weit von dir weg. Kitty wohnt ja in Basel. Kitty. Die nämlich den Miss Me Fam Song für uns bootiziert hat. Und ich. Möchte halt. Richtig gerne mal in die Schweiz gehen. Ich möchte richtig gerne mal in die Schweiz. Ich weiß nicht wer von euch schon mal in der Schweiz war. Aber deswegen habe ich mir gedacht. Wenn wir mit dem Boot fahren. Wollen wir versuchen bis nach Basel zu kommen. Ich habe keine Ahnung ob das klappt. Und das machbar ist bestimmt. Ich würde sagen bestimmt. Baden-Württemberg habe ich. Und Bayern auch. Ja genau. Den Rhein runter. Beziehungsweise hoch. Ist ja eine Bergfahrt. Was ich schon alles gelernt habe. Aber. Ja. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Halbe Stunde mit dem Zug. Ja. Wahrscheinlich aber drei Tage mit dem Boot. Mal aber auch. So. Was ist das bei dir? Du bist genauso. Und du kannst das genauso sein. Du kannst das genauso sein. Also, leider habe ich keine Nachricht von Lea gesehen. Lea darf sich eigentlich ein Buchstaben aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal sowas. Ihr könnt mir gerne noch mal euren Namen schicken. Ich habe noch nicht alle gegrüßt. Deine Stimme ist so Ding, Lea, du bist so ein Trigger. Hab dich lieb, du bist toll. Oh, Helene, du bist so die Süßeste. Oh Gott. So süß, danke. Was für ein Irren zu fahren. Was für ein Boot wollt ihr nehmen? Keine Ahnung. Ein kleines Boot. Einfach eins, womit man es bis nach Basel schafft. Sorry, ich war nicht da. Aber ich würde das B nehmen. Oh, da weiß ich genau, was ich machen würde. Fällt dir spontan ein Trigger mit B ein? Ich zeige mal, was ich für eine Idee habe. Ah, Lea ist jetzt am Start. B für Bubbly. Susanne, Fiona, Lea, Lea, Anji, Kala, Rosa, Lea, Lili. Brushing. Stimmt. Oh mein Gott, warum ist mir Brushing? Das ist mein Lieblings-Trigger. Warum ist mir... Ja gut, ich habe als erstes irgendwie an Bubbly gedacht. Es sollte wohl so sein. Stina, Rick, René, Jule, Maja. Was habt ihr bitte alle für schöne Namen? Elisabeth, Sommelier, Kayla, Natalie, Merve, Ricky und Rebecca. Greta, Beatrice, Warst du schon in Niedersachsen? Ja, Niedersachsen auch schon, ja. Der Miss-Me-Song heißt Miss-Me-Fam. Den gibt es auch auf YouTube. Ich habe dazu, als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich dazu ein YouTube-Video gedreht und habe das aufgenommen, wie ich den das erste Mal höre. Ich musste so heulen, weil ich das so süß fand. Der heißt Miss-Me-Fam-Song. Warte mal, ich kann ja mal... Kitty, ich glaube entweder unter Kitty oder unter Song ist der Link zum Song oder Fem-Song. Ah, da ist der Streamlabs, hat den Song kommentiert. Der heißt Miss-Me-Fam-Song. Findet ihr aber sonst auf meinem YouTube-Kanal. Wenn es erst mal bei dir im Live heißerabt. Bernda, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja, voll. Und ihr, so seid ihr in Weihnachtsstimmung? Das war wirklich schlagartig, als... Das war ein Tag nach Halloween und ich war schlagartig, sofort in Weihnachtsstimmung. Sandra, hi. Danke. Danke, danke, danke für deinen ganzen Support. Danke für die ganzen Daumen hoch. Wir haben schon fast 200. Danke. Danke, danke, danke. Hi, Charlotte. Also, gestern hat es ja den ganzen Tag geregnet. Da lag ich richtig viel im Bett und hab mich eingekuschelt und hab Tee getrunken und ich war auf Baden. und wollte gar nicht rausgehen. Lieb's ja nicht, waren zwar kurz draußen, aber ich wollte auch ganz schnell wieder nach Hause, weil das Wetter wirklich richtig mies war. Und, ähm, heute hat die Sonne gescheit. Das war so mega schön. Und, ähm, deswegen waren wir heute draußen, wir sind nach Frankfurt gefahren. Gestern hat es schon wieder geschneit. Oh mein Gott, wo wohnt ihr denn? Schneid's in Bayern schon, oder was? Das ist doch unglaublich. Hi, Sophie. Hi, Gabriel. Warst du schon in Bremen? Nee. Für Bremen, warte mal, ich, ähm, Ich kann euch genau sagen, welche Bundesländer noch fehlen. Warte mal. Also. Ähm. So, Bundesländer. Ich öffne das mal ganz kurz. Dann seh ich nämlich ganz genau, wo ich schon war. Also. Ich lese jetzt genau die Bundesländer vor, wo ich noch ein Lovely besuchen kann. Und falls ich jetzt gleich ein Bundesland nenne, wo du wohnst, dann kannst du mir gerne auf Insta schreiben, weil ich besuche ja weiterhin da Vlies. Mal sehen, mal sehen, hab ich, 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 hab ich. Bremen. Hamburg. Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommern. Brandenburg. Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das sind einfach noch acht. Noch acht. Der komplette Norden und Osten fehlt. Ähm. Also noch acht Bundesländer. Und dann hab ich erst alle. Also falls einer von euch in Schleswig-Holstein Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder Brandenburg wohnt, kann sich gerne bei mir melden. Die fehlen nämlich noch. Den Rest hab ich. Feuerschwall, wie süß. Ich bin nicht dein Lovely, sondern du meinst. Okay, dann bin ich dein Lovely, aber du bist auch mein Lovely. Ihr müsst mir nicht genau jetzt hier schreiben, wo ihr wohnt, sondern es reicht aus, wenn ihr mir einfach auf Insta schreibt, in welchem Bundesland ihr wohnt. Also ihr braucht jetzt hier nicht genau den Ort schreiben, bitte nicht. Einfach nur das Bundesland, das reicht. Ich wünsche dir einen richtig schönen Abend und sweet dreams. Hi, Lisa. Es sind ein paar Lovelys hier. Mitglieder, die ich noch nicht gegrüßt habe heute Abend. Lieber Duschen oder Badewanne. als im Sommer duschen, im Winter baden. Das ist so ein Wechsel. Hi, Sascha. Sarah. Oh, Dankeschön. Ich muss sie dann zwe- oder dreimal kaufeln. Oh mein Gott. Was ich auch noch ankündigen wollte, es gibt bald eine kleine Verlosung, eine Weihnachtsverlosung, wo ich unter anderem auch diesen diesen Lovely-Pullover verlosen werde. Kann ich euch ja schon mal verraten. Und die Verlosung wird auf Insta sein. Also, falls ihr mir eh schon auf Insta folgt, dann werdet ihr das auf jeden Fall sehen. Aber gut, dass es mir noch eingefallen ist, das wollte ich unbedingt noch sagen. Gut, dass ich es nicht vergessen habe. Hi, Lily. Hi, Kim. Hi, Lea. Stefan. Skylane. Fabian. Halt. Halt. Helena, du hast schon mitbekommen, was ich auf Insta erzählt habe. Liebsi und ich, wir werden uns dieses Jahr wieder unsere 24 Türchen teilen. Das heißt, ich werde 12 Kleinigkeiten für Liebsi kaufen und Liebsi wird 12 Kleinigkeiten für mich kaufen. Und ich hoffe sehr, dass Liebsi mir Hausschuhe schenkt, weil meine Hausschuhe kaputt sind. Und ich habe auch schon ein paar kleine Ideen, was ich Liebsi so schenken könnte. Aber ich glaube, vielleicht schaut er zu. Ich bin mir nicht sicher. Habt ihr Ideen, was ich ihm schenken könnte? Also ich dachte mir vielleicht, so ein bisschen so, vielleicht ein neues Parfum, sowas finde ich immer schön. Und dann hat er alle meine, ich traue mich das jetzt nicht zu verraten, weil manchmal ist Liebsi im Livestream. Und dann kriegt er das mit und das soll eine Überraschung sein. Aber ihr könnt mir auch gerne sonst Ideen mal schreiben hier oder auch auf Insta, wenn ihr so richtig coole Ideen habt, was ich Liebsi in diesen 12 Türchen, diesen 12 kleinen Geschenken so unter anderem schenken könnte. Hi Anna. Ein Urlaub? Wie Jan! Ich hole mich unter und du was advantagee,レ보 mich damit. Ja, Gutscheine sind eigentlich auch ganz cool, ja. Hi Charlotte, also ich teile mir das immer so ein, ich bin ja sehr flexibel, ich habe keine festen Drehtage und wenn es mir immer nicht so gut geht oder so, dann drehe ich auch kein Video und manchmal schaffe ich sogar zwei Videos an einem Tag, also zwei, sag ich mal, YouTube-Videos, aber meistens eher so eins, es kommt schon selten vor, dass ich mal zwei Videos hintereinander drehe. Hi Noah, etwas selbstgemachtes finde ich persönlich immer schön, ja, das stimmt absolut, ja. Was ist dein Hass Trigger momentan? Ich mag aktuell nicht so gerne Scratching. Vor allem, manchmal habe ich so meine Finger, also nicht meine Finger, manchmal wenn ich meine Hände frisch eingecremt habe, dann quitscht das beim Scratching immer so unangenehm. Das finde ich halt nicht so cool. Mein Lieblings-Trigger, den mache ich gerade. Mein Tag war heute sehr, sehr, sehr schön, weil wir hatten heute richtig gutes Wetter. Das war im Vergleich zu gestern halt schon echt ziemlich schön. Gestern waren wir nur drin und heute waren wir gefühlt nur draußen. Wir waren heute in Frankfurt unterwegs. Wir wollten zum Weihnachtsmarkt, aber leider hatte der zu absoluter Fail. Aber machst du nix, ne? Hi Lisa! Deine Nägel sind so schön. Oh, vielen Dank! Ich wollte mir die aber bald schon winterlich machen. Und wir können gemeinsam mal überlegen, wie das Design werden könnte. Ich hatte ja schon voll viele Ideen von euch auf Insta bekommen, so Bilder. Aber wir können ja auch zusammen mit so Brainstormen, wie wäre es, wenn es diesmal so eine Mischung aus Weiß und Glitzerrot wird. So Glitzerrot finde ich passt total so Weihnachten. Und vielleicht irgendwie, sind das so weihnachtliche Sachen vielleicht so was in die Richtung. Vielleicht so einen kleinen Rudolf. Das war eigentlich ganz süß. Ein Herzchen, ein Sternchen und dann vielleicht so ein Rudolf. Ein Weihnachtsmann, das ist ja auch richtig süß. Vielleicht so eine Weihnachtsmütze, das sah eigentlich auch cool aus, ja? Glitzerrschneeflappen, das sah auch süß aus. Ja, Rudolf nänge Weihnachtsbaum. Joa, I don't know. Natalie, hi. Hi, so viele Mitglieder sind heute am Start, freut mich mega toll. Hi, Mila. Die Zuckerstange finde ich ultra süß. Richtig coole Idee. Richtig coole Idee mit der Zuckerstange. Ja. 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 Welchen Weihnachtsmarkt in Deutschland würdest du empfehlen? Also dieses Jahr bin ich auf jeden Fall auf dem Weihnachtsmarkt hier in Mainz. Deswegen kann ich den empfehlen. Kommt alle zum Weihnachtsmarkt hier in Mainz. Ich hab gehört, das soll sehr schön sein. Letztes Jahr, als wir bei der Wohnungsbesichtigung waren, sind Liebsi und ich auch einmal ganz kurz so über den Weihnachtsmarkt. Und ich muss sagen, durch diese ganze Weihnachtsdeko hat sich die Stadt auch von der besten Seite gezeigt. Wir waren direkt so hin und weg, dass wir auf Darm so Daumen gedrückt haben, dass wir die Wohnung bekommen. Mein Lieblingsessen, schwierig. Ich mag generell einfach so die unterschiedlichsten Sachen. Ich hab jetzt so gar nicht das Lieblingsessen aktuell. Früher war das immer Spaghetti. Spaghetti Bolognese. Das war früher immer mein Lieblingsessen. Aber jetzt... Jetzt esse ich relativ wenig Nudeln. Ich glaub mehr so... Nee, reiß auch gar nicht so viel. Ich glaub am meisten ja so Kartoffeln. Mit irgendwas. Mixed. Ich liebe so One-Button-Meals. So einen Topf, ganz viele Sachen rein. Und dann so Schaufeln in so einer Schüssel. Ich liebe Schüsselessen. So dieses typische Bowl-Essen. Sowas liebe ich. Wo so ganz viele unterschiedliche Sachen so reinkommen. Hi, Lukas. Ja, vielleicht bald, Jessica. Mal sehen. Mal sehen, wenn ich erstmal alle Bundesländer fertig habe. Aber ich hab jetzt auch schon öfters mal wieder die Frage bekommen, wann ich wieder TikToker besuche. Aber das ist ja, solange ich jetzt die Lovelys besuche, erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt. Dabei hab ich ja letztens noch einen QR-Eater besucht, und zwar in Hamburg. Habt ihr vielleicht das Video gesehen, wo ich Eis gemacht habe. So Eis-Rolls. Eis-Cream-Rolls. Robben, ich bekomme Freitag eine Austauschschülerin aus Frankreich. Wie cool ist das denn? Das ist mega. Ne, ich kann nicht wirklich Französisch. Nur so ein paar Wörter. Ist irgendwie nicht so richtig viel hängen geblieben. Obwohl ich vier Jahre, vier Jahre Französisch hatte. Oh, wow. Sarahs bunte Welt, hi. Hi Lisa. Hi Amina. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Ich finde Let It Snow ganz cool. Was sind eure Lieblingsweihnachtslieder? Was sind eure Lieblingsweihnachtslieder? All I want for Christmas is you. Aber das ist auch richtig süß. Nachthimmel. Und auf einem ist ein Schlitten mit Santa. Das wäre auch richtig süß. Aber ich finde, die sind ja auch schon so ein bisschen weihnachtlich. Mit den Sternen. Mit den Sternchen und mit dem Mond. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht diesmal so einen kleinen Kontrast möchte. Vielleicht so eine Seite weiß, die andere rot glitzer. Das finde ich ganz cool. Weiß und rot glitzer. Irgendwie so was. An sowas hatte ich gedacht. We listen how we that. Ah, du hörst richtig cool. We listen how we that. We listen how we that. We're talking about cringe. So geil. Dabei müsste ich cringe erstmal schauen. Ich habe den Film noch nie geschaut. Hast du Squid Gang geguckt? Ja. Aber bald gibt es ja eine neue Staffel. Darauf freue ich mich. Mein Geburtstag ist am 28. Februar. Genau so wie er kann es. Der Hintergrund ist voll schön danke. Kannst du auch in French machen? Die Farbe einer Zungerstange. Das ist auch cool. Love your hairstyle today. Love your hairstyle today. Thank you Marie. Thank you. Last Christmas. Okay. Auch gut zu sleep. Ein Toastbrot auf die Nägel. Ja moin. Oha. Lamy's und Emily's Bestie. Lamy's und Emily's Bestie. Ich glaube ihr kommt ja auch gleich. Hier müsste gleich euer Name erscheinen. Vielen Dank für die Spende von zwei. Okay. Danke. Danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Jingle Bell. Das ist auch so ein klassisches Lied, ne? Jingle Bells. Ähm, ja, schaut mal hier, Lalex hat einen Freund, das ist leer. Hi Lisa, 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 Lisa. Da, da steht's. Hast du schon Plätzchen gebacken? Nein. Ähm, noch nicht. Noch nicht. Der Livestream geht seit 41 Minuten. Ja, sieh, wie siehst du den Tag? Danke, lovely. Weihnachtsbaum, ja, oder Weihnachtskurken, irgendwas Weihnachtliches, ne? Ihr könnt mir gerne immer noch Innspost auf Insta schicken. So, für Weihnachtsnägel, falls ihr da irgendwie was Cooles habt, könnt ihr mir das gerne auf Insta schicken. Wollt ihr dieses Jahr einen echten oder künstlichen Weihnachtsbaum? Also, wir haben uns einen künstlichen Weihnachtsbaum geholt und ich hoffe, dass der so cool ist, dass wir den jetzt für die nächsten Jahre dann haben müssen, weil, ja, so muss man sich keinen echten mehr holen. Und, ähm, dann nadelt das auch nicht und, ja, dann hat man halt, ich dachte mir, das ist einfach besser für die Umwelt. Und, ja, so können die Bäume lieber draußen stehen anstatt hier so vertrocknen. Irgendwie, ja, irgendwie bin ich auch nicht so ein Fan von frischen Blumen, weil sobald man die halt abschneidet, die sehen zwar so ein paar Tage schön aus, aber danach verwelken sie ja direkt. Und ich bin nicht so ein Fan von frischen Blumen und frische Weihnachtsbäume sehen zwar voll schön aus und riechen gut, aber ich möchte eher so ein bisschen in die nachhaltige Richtung gehen. Deswegen haben wir uns dieses Jahr einen künstlichen Gold, der dann hoffentlich die nächsten Jahre so bleibt. Ja, aber liebst du nicht? Wir hatten erst ein einziges Mal einen Weihnachtsbaum zusammen, weil wir sonst Weihnachten immer bei der Familie waren. Und dieses Jahr sind wir Weihnachten das erste Mal seit langer Zeit wieder, ähm, hier zu Hause in Mainz. Deswegen habe ich mir gedacht, brauchen wir einen Weihnachtsbaum. Ich freue mich richtig doll auf meine Arten. Ja, Lava kann ich auch sehr gerne benutzen. Ich wollte aber noch eben ganz kurz einmal diesen neuen Checker verwenden. Ich hoffe, ich möchte jetzt mal ein paar Mal einen Weihnachtsbaum holen. Ich möchte es sehr gerne nehmen so einen und dann können wir uns noch die Arten. Ich möchte mich einfach auf die Brücke geben, wenn du siehst. Ich möchte euch gerne ein bisschen, wenn du siehst. Ich möchte mich einfach auf meine Arten und zu Hause milligrams geflüger. Ich möchte mich einfach auf meine Arten. Candy Cane. Hi, Lovely. Andrea Danker. Hi, what's next? I like tea. Hi, Anna. I like tea. I like tea. So Christbaum gesagt. Aus welcher Region kommt das nochmal? Ist das so was Süddeutsches? Kann das sein? So Christbaum. Ich habe übrigens meinen Tee vergessen. Mein Tee ist kalt. Okay. 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 Ich muss mal überlegen wann ich mit der Merch Verlosung starte auf Insta. Ich habe mir gedacht, so erst, spätestens zweiter Advent, damit die ganzen Geschenke auch noch vor Weihnachten bei euch ankommen. Ja, ich denke mal so erst, zweiter Advent starte ich die Merch Verlosung auf Insta. Auf Insta heiße ich auch Awesome MS Me. Hi, Thomas. Ich trinke jetzt wieder Schokoschein. Chocolate, shiny chocolate. Deine Mutter hat morgen Geburtstag und bekommt eine Duftkerze. Wie cool. Die nach Weihnachtsmarkt riechen soll. Bestimmt so nach gebrannten Mandeln, oder? Hi, Kathrin. Wie cool. Tina, cheers. Cheers, cheers. Mein Tee ist einfach kalt. Das ist so ein weihnachtlicher Trigger, weil der so schön glitzert, finde ich. Wie cool. Wie cool. Wie cool. Wie cool. Wie cool. Danke, Viola. Jetzt hast du Eistee. Oh nein. Ich liebe so, so toll so warmen Tee. Ich mag nicht, wenn so heißer Tee so lauwarm wird. Mango Juice. I love Mango Juice. Cheers, lovely. I love Mango Juice. Mögt den Mangosaft auch gerne? Schaut mal, wie das glitzert. Können wir deine echte Stimme laut hören? Ja, auf Insta in meinen Storys. In meiner Story rede ich immer laut. Also 99% mache ich in meinen Storys kein ASMR, sondern rede ganz normal. Aber jetzt hier im Livestream kann ich ja nicht laut reden. Das würde alle wach machen, die jetzt gerade entspannen und schlafen. Das mache ich nicht. Das wäre gemein. Mangoschorle, beste. Richtig gut. Genauso wie Maracuja-Schorle. Finde ich auch lecker. Leute, kurze Frage. Wo soll der Weihnachtsbaum hin? Kommt der dann nächste Woche oder übernächste Woche dahin? Und ich glaube nächste Woche Sonntag kann ich doch schon hier mit meiner Weihnachtsdeko starten, oder? Wo soll der Weihnachtsbaum stehen? Das ist doch erstmal hier die Frage. Vor dem Lovely oder hier, wo die Kerzen sind. So an die Ecke. Oder da, wo das Lovely-Zeichen steht. Habt ihr eine Idee? Links vom Lovely-Schild. Ja, hier an die Ecke, oder? Hier ist so ein schöner Weihnachtsbaum. Ich hab ja so einen günstlichen Weihnachtsbaum. Auch noch so einen kleinen. Ja, da, wo die Kerze ist. Okay. Da haben wir uns ja sehr schnell gerennigt. Perfekt. Welcher Trick als nächstes? Lava. Ich hab jetzt gerade schon die ganze Zeit Lava gelesen. Okay. Okay. Ja, das Lovely-Zeichen ist so wichtig, um verdeckt zu sein. Stimmt Alex, hast du richtig recht. Auf jeden Fall. Welche Farbe hat der Weihnachtsbaum? Grün. Ist einfach ein Weihnachtsbaum. Zwar ein künstlicher, aber sieht aus wie ein echter. Aber der ist so, dass ein Tisch-Weihnachtsbaum. Den müsstet ihr eigentlich noch vom letzten Jahr kennen. Letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir noch in Hamburg. Letztes Jahr waren wir noch in Hamburg. Und da hatte ich ja noch mein altes ASMR-Zimmer. Mein altes ASMR-Studio. Und da hatten wir ja auch einen kleinen Weihnachtsbaum. Erinnert ihr euch noch? Wer erinnert sich noch an mein altes Dream-Zimmer? Erinnert sich noch an mein altes Dream-Zimmer. Ja, unser Gast ist Weihnachten in Mainz. Deswegen sind wir auch hier über Weihnachten. Wir wollen Weihnachten und Silvester hier in Mainz erleben. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich glaube, ein Weißer hat es ja auch richtig süß aus. Hi, Anna-Marie. Hi, Annie. Hi. 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 Hey. Hi. Hi. Ähm, nun ja, liebst du nicht? Wir wollten heute auf den Weihnachtsmarkt. Hier in Mainz hat der noch nicht geöffnet, soweit ich weiß. Deswegen wollten wir hier nach Frankfurt zu einem kleinen Weihnachtsmarkt auf so einem Dach, auf so einem Parkhausdach. Aber der hat auch ausgerechnet heute geschlossen. Richtig, richtig cool. Bist du eigentlich vegan oder vegetarisch? Nee, ich esse alles, aber zu Hause essen wir überwiegend vegan oder vegetarisch, nur wenn wir draußen unterwegs sind. Und essen wir so, ja, alles. Genau. Aber dadurch, dass wir eben draußen, sag ich mal, alles essen, kann ich ja jetzt nicht sagen, dass wir vegan oder vegetarisch leben, aber zu Hause schon, ja. Hi, Nathalie. Ich, ähm, werde jetzt den Chat umstellen auf Mitglieder, weil ich jetzt schon eine Stunde live bin. Und ihr könnt aber weiterhin den Chat lesen und mich auch sehen und hören. Ihr könnt nur halt nicht mehr schreiben. Nur noch die Mitglieder können jetzt schreiben. Also, falls ihr Mitglied werdet, äh, habt ihr auch direkt wieder zugeworfen in den Chat. Nur nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Einmal eine Abendsrunde. Hi, Pio. Eva-Line. Weißt du schon, wenn du in Sachsen sein willst? Nee, ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab jetzt noch nichts weiter geplant. Weil jetzt so Winter, Winter, Weihnachten, so vor der Tür steht. Ich hab noch ein paar Termine jetzt im November und Dezember, wo wir unterwegs sind. Deswegen weiß ich noch nicht, wann ich es schaffe. Deswegen hab ich noch nichts geplant. Es ist reichert. Vorher werde ich auf jeden Fall die Schweiz erkunden. Und zwar nach Basel fahren wir. Oje, Pio. Ja, gute Besserung an deinem Baby. Tina, zum Thema Slime gibt es bald auf Insta auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen. Werde ich auf jeden Fall da noch mal ein bisschen thematisieren, welchen Slime ich cool finde und so. Samy, ja. Klar, Samy. Ich hoffe, ich denke dran, weil ich nehme meistens natürlich einfach den Nutzernamen. Und da steht Samantha. Aber ich probiere dran zu denken. Was macht deine Prüfung? Wir haben uns angemeldet und die ist im Dezember, ist die Prüfung. Vor Weihnachten noch. Und der Weihnachtsmarkt hat zu. Also Besser kommen wir heute wirklich. Also ehrlich. Das war heute ein Veransatz mit X. Das war heute ein Veransatz mit X. Das war heute ein Veransatz mit X. Ich hab heute ein Veransatz mit X. Ich hab heute ein Veransatz mit X. Das war heute ein Veransatz mit X. Wie sieht eine neue Woche aus? Ich werde auf jeden Fall, ich muss noch das Video schneiden, was Dienstag veröffentlicht wird. Und dann drehe ich noch Videos für die nächste Woche. Also neue YouTube-Videos und TikToks und Reels. Das heißt, viele Videos werden gedreht. Es gehören sieben Monate. Schön, dass du auch da bist. Und dann treiben wir uns einmal mit unseren Nachbarn und gehen mit denen essen. Also einmal essen gehen mit den Nachbarn. Und was haben wir noch geplant? Sport machen natürlich. Und Mittwoch bekommen wir wieder eine Kochbox. Und dann kochen liebst du nicht wieder ganz viel. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, nächste Woche... Ja, doch, ein paar Termine, ein paar Calls habe ich auch noch, so ein paar Meetings, ja. Aber ich glaube, nächste Woche fahren wir nirgends wohin, ne? Nee, nächste Woche. So, richtig süß. So, richtig süß. Mädchen, bitte süß. So, richtig süß. Und jetzt? So, richtig süß. So, richtig süß. So, ich sage es mal, bitte. Und jetzt? Ist das Baby jetzt heute gekommen? Oder wie meinst du, du bist heute Vater geworden, weil du fragst nach einem Namen? Also hat euer Kind auch keinen Namen, oder wie? Ich habe das jetzt mit dem Zusammenhang noch nicht verstanden. Oder hast du heute erfahren, dass du Vater bist? Oh, du bist da. Du bist vor 33 Minuten Vater geworden. Dann, was? Dann, was machst du denn noch hier im Chat, sag mal? Dann hoffe ich, dass du jetzt bei deiner Frau oder bei deiner Freundin und deinem Baby da sein wirst. Was machst du dann hier, ist die Frage. Was? Das ist ein herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich bin maximal verwirrt. Also ist es ein Mädchen oder ein Junge? Liege gerade im Bett und meine Frau ist bei meiner Mom. Liege gerade im Bett, fahre gerade im Auto. Liege gerade im Bett, fahre gerade im Auto. Pack bitte dein Handy weg. Wenn du im Auto bist, sag einmal. Ich fass es nicht. Muss ich noch auf euch aufpassen oder was ist hier los? Okay, Hauptsache euch geht's. Alles gut, Hauptsache dem Baby geht's gut und pass einfach gut auf dich auf. Also ihr wisst aber schon, Handy, wenn man fährt, ist verboten. Kinderpunschstreng. Hi, Bia. 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 Nein, nee, das hat nichts mit Können zu tun. Also, soll ich euch die Verkehrsregeln noch einmal hier vorspielen? Also, na hör mal. Das ist auch verboten, weil ihr ja nicht nur euch selbst in Gefahr bringen könnt, sondern ihr auch andere. Und das wäre absolut unnötig. Also, wenn ihr euch die Verkehrsregeln möchtet habt, dann könnt ihr euch die Verkehrsregeln sehen. Oh cool, was hast du für ein Praktikum? Was war denn so euer coolstes Praktikum, was ihr handelt? Müsste ich mal bei mir nachdenken. Obwohl doch eigentlich... Eigentlich weiß ich, wo mein coolstes Praktikum war. Obwohl ich kann mich gar nicht entscheiden. Frida. Ah, Frida. Schön, dass du wieder da bist. Ja, das ist für mich immer am einfachsten. Wenn ihr den Namen als Profilname habt, wie ich euch nennen soll. So wie bei Fabrice und Vio oder Lukas ist natürlich immer easy. Weil ich versuche mir natürlich immer alle eure Namen zu merken. Aber es ist fast unmöglich. Bei BE906 komme ich nicht direkt auf Frida. Aber ich versuche daran zu denken. Oder du benennst dich um und schreibst einfach Frida. Dann checke ich es auf jeden Fall sofort. Im Jugendclub. Das stimmt. Ja, Lukas, genau das habe ich ja auch gerade gesagt. Genauso. Ja, Fabrice, dann musst du dich einfach in König umnennen und dann nenne ich dich auch König. Ah, okay. Alles gut, Frida. Jetzt weiß ich am Schein. Na, Vio und du heißt natürlich Violet. Für mich bist du und bleibst du Violet, ne, Caro? Was wird es für euch als Weihnachtsmenü geben? Boah, irgendwas mit Rotkohl fände ich schon lecker. Aber ich weiß es noch gar nicht. Wir haben auch keine Raclette. Haben wir nicht mehr, oder? Ne, ich glaube nicht. Was werdet ihr euch denn an Weihnachten? Was gibt es für euch zu Weihnachten? Ich bin mir noch nicht sicher. Muss ich mal mit? Muss ich mal mit oder liebst sie besprechen? Unser Weihnachtsmenü. Ich weiß auf jeden Fall, was es zum Nachttisch geben wird. Und zwar Eis. So Weihnachtseis, so Spekulatius-Lebkuchen-Eis, sowas. Oh, Blaubeerkuchen-Schokomuffins. Yumsy. Mega. Legs, weg, legs. 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 Proto, Rotkohl, Klöße, ja, so Klöße und Rotkohl, das finde ich auch schon toll, das finde ich auch schon toll. Praktikum im Social Media Bereich für eine Sängerin. Oh, was? Krass, die Zusammenarbeit ging dann weiter und ich arbeite jetzt noch für sie, oh, das freut mich mega toll, das klingt nach einem richtig guten Praktikum, ich würde sagen, das klingt nach Praktikum Plus, Praktikum Plus, so cool, also mein Lieblingspraktikum war beim Radio, also das war wirklich unschlagbar, das war so, das war so vielseitig, das war einfach so cool, das war so cool, ich liebe das voll, wenn es so abwechslungsreich ist, so, genauso wie ich es jetzt halt auch mache, ich drehe ein Video, ich bereite alles vor, ich schneide das Video, ich mache alles selbst und so ein bisschen so ähnlich war das halt für das Radio genauso, man überlegt sich was, so gemeinsam mit der Redaktion, man sitzt zusammen, überlegt sich ein Thema für den Tag, dann geht man auf die Straße mit dem Mikro, holt O-Töne rein, dann schneidet man das Ganze und dann wird das so in der Sendung so mit so ausgestrahlt, was man dann so produziert hat, das finde ich, also das ist einfach so cool, das hat mega Spaß gemacht. Habt ihr Haustiere, wenn ja, welche? Ne, wir haben keine Haustiere, genau deshalb bin ich ja jetzt beim Tierheim und zwar Mitglied dem Tierschutzverein, so kann ich das Tierheim unterstützen und ich fahre da mindestens einmal die Woche hin, um dort entweder Katzen zu streicheln oder mit dem Hund Kassi zu gehen. Ja, weil so kann ich mir das so flexibel so einrichten, wann ich Zeit habe, um dort hinzufahren. Ja, und wenn man erstmal ein Haustier hat, da kann man nicht sagen, so, heute habe ich leider keine Zeit für dich, weil ich muss weg, aber morgen wieder, das Haustier wird mir ein Vogel zeigen, deswegen haben wir kein Haustier. Ja, das würde ich einem Haustier nicht antun wollen, dass ich zu wenig Zeit dafür hatte. Nur fliegen und spinnen, ja, das kann ich unterschreiben. Praktikum in der Kindercleaning auf der neugeborenen Station. Oh mein Gott, süß. Süß. Also ich werde mal überlegen, dass ich dann hier nächste Woche schon so mit der Weihnachtsdeko starte. Mal sehen. iPhone 13 Hüllen müssten eigentlich auch bei meinem Merch mit dabei sein. Das ist hart Plastik. Okay, wie gut klingt diese Hülle. Sag mir bitte, sag mir bitte sofort, wonach das klingt. Also ich weiß ganz genau, wonach das klingt. Hi, Oliver. Süß. Süß. Meerschweinchen. Ja, Caroline. Regen. Tropfen auf dem Dach ist so, oder? Hagel auf der Scheibe. So geil, dass immer einer so aus der Reihe tauscht. Ja. 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 Ich kann euch gut aussehen. Oliver, dankeschön. Du bist schon 18 Monate Mitglied. Das ist absolut total crazy. Oh, Vio, dann stöber doch mal bei meinem Merch. Vielleicht gefällt dir da eine Hülle. Aber ich bin auch gerade eh dabei, meinen Merch ein bisschen so umzustrukturieren. Vielleicht gibt es dazu bald auch ein neues Update. Also schaut lieber schnell noch auf der Plattform. Vielleicht ändert sich das bald ein wenig. Kloli, yo. Meine Klohülle. Äh, Klorolle. Hülle. Wo wir gerade bei Handyhüllen sind. Klohülle. Gleich kann ich mir dann auch den Strammler holen. Ja, das solltest du auf jeden Fall. Der sieht so mega süß aus. Wirklich so krass süß. Den habe ich ja für meine Freundin gekauft und ihr Baby passt da aktuell rein. Ich süsste den Spaden und ich noch nichted. Aber dann kann ich lieber mal kurz machen. Nur ein LA. Aber dann sind sie die Pr 170- Abstm Yoga spricht. Aber dann werden wir mit der Anita Körner gekauft. Und dann kann ich ausschstehen. Gabbel Hubb harester J 24 etwa 3 glaube ich auch schon. Hier ist sicher. Ich habe einfach eine Babygröße genommen, habe geguckt, als es angekommen ist, habe es meiner Freundin geschenkt und hatte keine Ahnung, wie alt das Baby wohl sein muss, bis es reinpasst. Jetzt ist das Baby sechs Monate alt und es passt in irgendeine Größe, die ich ihr damals gekauft habe. Fragt mich nicht, welche Größe das war, ich habe keine Ahnung. Oh, Fio, hast du einfach keinen bekommen von deinem Mann, hat er nicht einfach geschaut? Ich habe irgendwie gedacht, dass du bestimmt ein Geschenk bekommst oder dir selbst einen besorgst, einen Strampler. Missverstanden. Okay, ich würde sagen... Ich würde sagen... Ockenfels Water Solutions ist neues Mitglied in der Miss Mifam. Ach du liebe Zeit, ich wollte gerade sagen, starten wir mit The Rocket to Dreamland und zack, boom, kommt ein neues Mitglied. Ockenfels Water Solutions. Ockenfels Water Solutions. Warte mal, ich schreibe hier hin, na. Namens Whisperring plus Triggerfunch. Ich hoffe nicht, dass das zu lang ist, okay. Ockenfels Water Solutions. Hi. Hi. Ein kleines Namenswhispering. Willst du meinen Namen nennen und du darfst mir auch einen Trigger nennen. Hi, Cedric. Ja, Handyhüllen für Samsung gibt es auch in meinem Merch. Das ist noch der Name. Du, kein Problem. Kein Problem. Überhaupt kein Problem, so viel ihr Zeit habt. Und wir haben 500 Likes geknackt. Vielen Dank. Also Ockenfels Water Solutions, du kannst mir gerne deinen Namen nennen. Und was mit Wasser. Okay, dann nehmen wir etwas, was wir heute noch nicht hatten. Ich hoffe, dass es gut. Und wir sind heute noch nicht. In der Nachricht schauen. In der Nachricht schauen. Relax. Ollie. 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 Personalisierte Nikes. Oh. Wie mega geil ist die Ideen bitte. Wow. Mega cool. Yes, Anna. Hello, lovely. Hello, hello. So how are you today? Today, today, today. Hey, ihr haut hier so mega coole Geschenkideen raus. Hier kann jeder, der irgendwie auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, einfach mega viele Ideen aufschnappen. Vio, über welche Plattform hast du das gemacht? Oh, wir haben ein neues Mitglied. No way. Thor Boys. Thor Boys. Thor Boys. Herzlich willkommen. Du darfst dir auch einen Trigger wünschen. Und du darfst mir deinen Namen sagen. Wir namenswhispering. Herzlich willkommen, Thor Boys. Thor Boys. Ähm, als neues Mitglied habt ihr natürlich jetzt direkt wieder Zugriff auf den Chat. Könnt ihr die ganzen Sticker benutzen. Und habt Zugriff auf ganz viele Bluba-Videos, die ihr auch auf meinem Kanal unter Community findet. Und ihr bekommt auch immer Zugriff, ähm, so Early Access. Also früheren Zugriff auf alle YouTube-Videos. Also ja, vielen Dank für euren Support. Danke, danke, danke. Und schön, dass ihr jetzt als Mitglied dabei seid. Danke für die Unterstützung. Thor Boys. Ah, guck mal, Olli hat den Namen schon geändert. Zick, zack, krass. Olli. Über Nike, okay. Cool, cool. Das muss ich mir merken. Personalisierte Nikes. Sau geil. Herzlich willkommen, Thor Boys und Olli. Passt zeitgleich. Du darfst dir einen Trigger wünschen. Und du darfst mir gerne deinen Namen schicken. Anni, hi. Oh, meine beste Freundin bekommt Merch von dir. No way, Lukas. Was bekommt sie denn? Das freut mich mega toll. Basti. Tapping. Tapping, okay. Ich überlege gerade mal, worauf könnte ich denn Tapping machen. Wie wär's auf Kokosnuss? Wie wär's auf Kokosnuss? Wie wär's mit der Kokosnuss? Wie wär's mit der Kokosnuss? Basti. Herzlich willkommen, Basti. 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 Hi Jessica. Sammy. 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 Sammy Lovely. Mega. Da weiß ich ja jetzt genau, wie ich dich nennen kann. Richtig gut. Sammy Lovely. I love it. Das ist immer so, wenn ich irgendwo den Namen Lovely sehe bei euch im Benutzernamen, dann denke ich immer so automatisch, ihr seid Teil der Miss Me Fam. Manchmal sehe ich auch so random einfach so, auch auf TikTok so Benutzernamen, wo irgendwo im Namen Lovely steckt und ich denke mir immer so, ah ja, ihr gehört zu mir. Hehehe. 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 Genauso wie hier auch. Sobald irgendjemanden im Namen Lovely hat, die gehört zu mir. Hehehe. 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 Wow. Oli, vielen Dank für den Support. Danke für den Euro. Hehehe. 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 dass man dich auf Akinator findet. Es ist so absolut total crazy. Ja, weiß ich. Weil ich ganz viele Nachrichten bekommen habe, dass ihr mich auf Akinator gefunden habt. Und dann habe ich das selber ausprobiert und habe mich selbst gefunden. Das war wirklich weird. Ja, also wirklich total crazy. Es ist echt. Habt ihr es mal ausprobiert? Habt ihr es geschafft, dass ich am Ende da rauskomme? Ich finde das super crazy, weil irgendjemand hat das ja hat mich da ja so hinzugefügt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber oder wie funktioniert Akinator überhaupt? Macht das Unternehmen das selbst oder so? Guck mal, Olli. Tada! Da bist du. Black Black Snap, Snap Black Snap, Snap Hi, Theresa. Also wir haben auch mal während eines Livestreams haben wir, glaube ich, so nach einer Stunde 30 es auch schon geschafft, einmal 1000 Likes zu haben. Das war Rekord. Rekord. Jetzt schon 555. Black Snap, Snap Snap, Snap Snap, 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 Snap. black black snap 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 Ja, Bio. Ich habe nur darauf gewartet, bis dir das auffällt. Ich habe es extra nicht gesagt. Bleck. 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 Snip, snap. Bleck. Snip, snap. Habt ihr, wer von euch hat auf Insta gesehen, dass Liebsi und ich Rumi gespielt haben? Liebsi und ich, wir haben ein Spiel gespielt. Und ich habe in meiner Story gestern Abend gefragt, wer wird das Spiel gewinnen? Liebsi oder ich? Ich kann das gleich auflösen, wer gewonnen hat. An meinem Blick wisst ihr eigentlich schon, wer gewonnen hat. Ich kann das gleich aufhören. Nein, ich habe nicht gewonnen. Liebsi hat bei dem Spiel gewonnen. Aber auch nur, weil ich echt zwei gleiche Zahlen hatte in der gleichen Farbe. Und das ist meistens immer schon so. Und dann wird es schon knapp. Und genau diese zwei Zahlen hatte ich bis zum Ende. Und das war halt so... Kuck, 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 kuck. Was soll's? Ach, echt? Beautybands haben mich hinzugefügt? Wie? Das wusste ich gar nicht. Das ist eine komplett neue Info für mich. Das ist eine ganz-kiss. Und das ist eine ganz-kiss. Das ist eine mega gute Idee, Fabrice. Ich spende ja fürs Tierheim auch, aber ich kann natürlich auch mal so einen Spenden-Stream machen. Müsste ich mal gucken, weil manchmal kann man die Organisation sogar auswählen. Aber ja, das ist eine sehr gute Idee, Fabrice. Ich mache mich da mal schlau. Ja. Ich mache mich da mal schlau. Es gibt tatsächlich ein YouTube-Video, wo ich in der Badewanne sitze und ganz viele Badekugeln benutze. Kennt ihr das Video, wo ich in der Badewanne sitze? Richtig schöne Sache. Das finde ich richtig, richtig toll. So ein Spendenglas vollkorn. Mit Kreide, so ein bisschen, ich könnte vielleicht so ein, I teach you German. Ich bringe euch Deutsch bei. Es gibt ja tatsächlich noch ein paar, noch ein paar Zuschauer, so internationale Zuschauer auf meinem Kanal. Ich könnte ja mal so ein Lehrer-Roleplay machen. Das finde ich aber ziemlich witzig. Ja, Fabrice, schön wär's. Das lasse ich mir jetzt auch noch so zu sagen. Ich habe ihm extra die Chance gegeben, dass er mal gewinnt. Und genau, genau so war's. Tina, lovely, schlaf auch gut und danke für deinen Support, danke für die Spende. Erst fünf und zwei. Autofahrer Tourette. Autofahrer Tourette. Okay, das ist mal so komplett. Das habe ich, das habe ich noch nie gehört. Aber für alle, die lautstark schimpfen, so im Autor. Keine Ahnung, ich habe noch nie laut im Autor geschimpft. Nö, nö. Ich schimpfe generell nicht. Glaubt ihr mir bestimmt nicht, aber ist so, dass ihr mal liebst, die Fragen. Ich bin nur manchmal zickig. Da könnt ihr euch liebst, die bestimmt so ein paar Geschichten erzählen. Ich bin auch sicher. Nach meinem Berlin-Urlaub, wie war es da in Berlin? Ihr seid so witzig. Ich liebe eure ganzen Nachrichten. Ja, The Rocket to Dreamland kommt gleich. Aber ihr wisst, was das bedeutet. Wenn The Rocket to Dreamland losgeht, dann ist der Stream gleich zu Ende. Und ich wollte noch so fünf Minuten. Ins Lenkrad beißen. Oh, Madame, das war bei Harry Styles so cool. Oh, Madame, das war bei Harry Styles so cool. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Dann erhol dich jetzt einfach gut. Oh, das gibt's doch nicht. Immer kurz bevor ich mit The Rocket to Dreamland starten möchte, gibt es ein neues Mitglied. Und ich flippe aus, wie cool. Fend, Bauer, du warst doch sogar schon mal Mitglied, oder? Kann ich sagen, herzlich willkommen zurück als Mitglied. Dein Name kommt mir doch bekannt vor. Ich glaube, du warst schon mal Mitglied, oder? Du kannst doch mal deinen Namen schicken. Und deinen Lieblings-Trigger, den ich dann mache. Und dann lass die Rakete noch was steigen. Oh mein Gott. Warum seid ihr denn immer so witzig? Oh mein Gott. Was ist hier los? Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera? Und dann wieder ein neues Mitglied. Ich fass nicht. Ich fass nicht. Ja. So bleibe ich noch ein paar Minuten länger live. Herzlich willkommen. Goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Herzlich willkommen. Als Mitglied. Du kannst mir auch deinen Namen und deinen Lieblings-Trigger nennen. Also jetzt musst du bis 22 Uhr machen. Also muss schon mal gar nicht. Ich möchte länger machen. Fabrice. Ja, genau. Versteckte Kamera. Das wär's, ne? Dekido. Oh, es ist so cool. Hab ich euch das mal erzählt? Ich durfte mal einmal bei... Das war nicht versteckte Kamera. So was ähnliches. Wie versteckte Kamera. Da war ich Lockvogel. Ja, da durfte ich mal so. Da durfte ich mal mitmachen. Nicht so frech, Fabrice. Kommst gleich auf die Stühle-Trippe. Ja, war ich Wasser mit Echo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gottchen. Warum denn jetzt ausgerechnet direkt sowas? Warum? Ah, du liebe Seidier. Echo. Sobald ich jetzt Echo anmache, ne? Ich rede nicht mehr. Weil das ist sonst eine komplette Überforderung für mich, für mein Gehirn, wenn ich rede und das auch noch so doppelt heilt. Dann halte ich jetzt mal kurz die Schnute. Ich nehme dich. Okay. Heute geht's. Das war's. Yeah, you're welcome to the lovely Miss Me Fan. Yeah, you're welcome to the lovely Miss Me Fan. Yeah, you're welcome to the lovely Miss Me Fan. Yeah, you're welcome. 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 You're welcome. Yeah, you're welcome. Yeah. Oh, you're welcome. Oh, Alec. Alec, I'm really serious. Lovely Alec. Ja, wir waren schon mal 600 Mitgliedern, einmal. Ja, stimmt, Fabrice, du hast wirklich immer gute Challenge-Ideen, die brauchen wir auch bei einem 24-Stunden-Stream. Anni, hi. Mitglieder sind immer alle, die grün sind. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass eure Namen grün sind. Ja, das stimmt, Fabrice. Ein neues Mitglied. Wir haben ein neues Mitglied. Und warum? Warum? Okay. Herzlich willkommen, Martin. Martin, 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 Martin. Herzlich willkommen, Martin. Du brauchst mir deinen Namen nicht schicken, falls er nicht Martin ist. Und du kannst mir deinen Lieblings-Trigger schicken. Deinen Lieblings-Trigger. Herzlich willkommen als Mitglied. Noch eine, noch ein mit grünem Namen hier am Start. Martin, 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 Ach so, jetzt hier im Chat sind nur Mitglieder. Ja, das stimmt, Olli. Deswegen bist du Mitglied geworden, damit du natürlich Zugriff auf den Chat hast. Ist auch richtig. Hast du ja jetzt auch. Jetzt gerade ist der Chat auch umgestellt. Nein, ich glaube nach Martin ist jetzt Schluss. Gleich starte ich mit The Rocket to Dreamland. Wenn mir Martin verrät, was sein Lieblingsstricker ist. Da kommt die nächste Frage. Wann kommt The Rocket to Dreamland? Ihr könnt es alle nicht abwarten, bis ich den Stream endlich beende. Martin, Martin zur Kasse 1. Mensch Martin, das gibt es doch nicht. Erst Mitglied werden und dann lässt du mich hier hängen. Ah, na, endlich. Okay, ich bin gespannt, wie das wird. Scratching. Auf einem Gegenstand Scratching machen oder auf dem Schaum-Mikrofon. Oder auf diesem Mikrofon. Das darfst du gerne konkretisieren. Worauf soll ich Scratching machen? Wir helfen dir gerne, alles zu verstehen, Olli. Wenn ihr Fragen habt. Der ganze Chat ist da, um Fragen zu beantworten. Ihr könnt auch Fragen zu mir stellen. Die meisten von euch kennen mich ja schon ganz gut. Weil ich kann nicht immer auf alle Fragen antworten. Also wenn ihr meine Frage habt, der Chat beantwortet sicherlich die Frage schneller als ich. Schneller als ich sie lesen kann. Ich versuche das Scratching auf dem Mikro mal so so tinklig wie möglich zu machen. So sanft wie möglich. Auf dem Pop-Schutz, okay. Ich hoffe, das knirscht jetzt nicht so. Weil ich habe meine Hände gerade reingecrebt mit Schaum. Ich habe ein bisschen Angst, dass es squeecht. Was mache ich denn jetzt? Okay. Okay, statt mit Nägeln benutze ich einfach hier meine Finger so. Das ist doch viel besser. Das ist doch viel besser. Okay. The rocket to dreamland will start in The rocket to dreamland will start in 100 Ja, ich nenne die 100, 150, übertreib einfach komplett 99 Englisch oder Deutsch Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt Oh, wie cool in Spanien Das klingt mega Okay Ob wir die 1000 Likes noch schaffen, bis die Rakete startet? We will see 97 96 95 94 93 92 91 90 90 90 90 97 86 85 84 83 82 81 80 79 8 79 80 Acht und Zip-Zig Sieben und Zip-Zig Six und Zip-Zig Froh und Zip-Zig 4 3 2 1 7 19 Ja. Neue, neunseil, neunseil? Nous neunseil? Oh, neunseil? Seu neunseil? Sexe, neunseil? Zeig. Die und Zeig. Zeig. Drei und Zeig. Zeig. Zwei und Zeig. Ein und Zeig. 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 Nun, ich werde dir einen Feind aufzeigen. Zwei und Zeig. Zeig und Zeig. Zeig und Zeig. Vem und Zeig. Vier und Zeig. Die und Zeig. Zwei und Zeig. Zwei und Zeig. Ein und Zeig. Fünf Zeig. So geil. Ich zähle gerade ganz entspannt runter von 100 bis 0, weil bei 0 endet der Stream und ein neues Mitglied fragt, was passiert hier gerade. Das ist so geil. Oh mein Gott, I love it. Die raketet. The rocket to dreamland startet dann. Und ich schicke euch hoch zu den Sternchen, wo ihr schlafen könnt und die süßesten Träume ever haben werdet. Also machen wir weiter. Halbzeit. Halbzeit. 50, 49, 49, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 34, 33, 32, 31, 31, 30, 29, 29, 28, 27, 26, 24, 25, 29, 29, 29, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 24, 43, 23, 32, 35, Forever 21 20 19 18 17 16 15 14 30 Warum seid ihr so witzig? Hört doch auf! Hört doch auf! Ich kann mich gar nicht konzentrieren bei eurem Chat! 12 11 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 8 9 9 10 10 10 10 11 10 10 11 11 14 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 18 15 Volls Olli Verschenktes Mitglied von Lea Ja genau und die ganzen Spenden, vielen vielen Dank, weiß ich richtig doll zu schätzen Hab euch lieb Bye 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 und wie gesagt Schickt mir gerne Nail in Spos auf Insta Hab euch lieb, bye 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 Süßen Bye bye, love you Love you, love you, love you